Die Invictus Games werden 2027 nach Großbritannien zurückkehren, was Prinz William und Prinzessin Kate in eine unangenehme Lage bringen wird, sagt ein Kommentator. Der Prinz und die Prinzessin von Wales könnten mit einer unangenehmen Situation konfrontiert werden, wenn Prinz Harrys Invictus Games im Jahr 2027 nach Großbritannien zurückkehren, behauptete ein königlicher Kommentator. Der Herzog von Sussex gratulierte Birmingham am Dienstag zu seinem Sieg bei der Austragung der Veranstaltung, nachdem es sich gegen den US-Finalisten Washington D.C. durchgesetzt hatte. Die Spiele werden in drei Jahren im Juli im National Exhibition Center, NEC, stattfinden und drei neue Sportarten umfassen, Pickleball, Laser Run und E-Sport. Es ist das erste Mal, dass die Spiele im Vereinigten Königreich stattfinden, seit der Herzog 2014 das Eröffnungsturnier in London ausgerichtet hat. Es wurden jedoch Zweifel geäußert, ob Harrys Vater, König Charles, sein Bruder, Prinz William oder andere Mitglieder der königlichen Familie an der Großveranstaltung teilnehmen werden. Der König und der Prinz von Wales nahmen 2014 an den ersten Spielen teil, doch ihr Verhältnis zu Harry wurde nach seinem und Magans aufsehenerregendem Ausstieg aus der Firma und ihrem Umzug in die USA im Jahr 2020 zunehmend angespannter.